So, servus Leute und da sind wir wieder bei GTA 4 Multiplayer mit mir, dem Zock-Commander, dem iPhone und dem Core-Siegel. Hi. Los geht's auf Charge Island. Juppa. Ha ha ha. Meine Nase ist zu. Genau. So, jetzt geht's auch schon los hier. Ach ja, und ich hab meinen Charaktertyp hier auf weiblich gestellt. Okay, ich hab immer noch Little Jacob. Das ist eh nicht Little Jacob, das ist ein ähnlich aussehender Mann. Äh, am Anfang, wo wir aufgenommen haben, hast du gesagt, Little Jacob Style. Genau. Stylt wenigstens, ja. Genau. So, Alter, gib mir deinen Wagen, Mann. Du kleiner Hurensohn. Och, gib mir deinen Wagen, ey. Alter, willst du mich verarschen? Nö. Der schießt. Der will mich aber verarschen. So, jetzt hab ich ihn. Das ist total unfair mit Corsil und so, weil... Alter, lass die Scheiße. Oh, du Power, ey. Alter, ich konnte's grad noch schaffen, abzuhauen. Weil der, äh... Ich dachte schon, ich bin mit Corsil im Team. Fast, wenn du mir entschickst. Mann, wie kannst du mich da treffen? Der, der Super GT, der ist nicht so empfindlich. Wie kannst du mich da treffen? Ja, ich kleide voll gegen den Zaun. Scheiße, ich fahr mal ins Wasser jetzt. Adios. Oh Mann, müssen wir die ganze Zeit Muldings... ...Deathmatch machen, das langweilig langweilig. Muld. Muld. Ja, wir haben jetzt schon dreimal Deathmatch gemacht. Sind denn andere, das nervt doch. Ja, wartet, guck, wie ihr wartet, Alter. Geier mal nicht. Alter, du regst mich auf. Wir wissen jetzt eh schon, dass Corsil gewinnt. Weiß man jetzt nicht. Das ist ja selbst erklärend. Ja, Leute, dann zockt einfach besser, Mann. Hände aus. Ja, ich kann halt nicht. Also, ich kann's halt nicht. iPhone könnte mehr rausholen. Halt's ja. Hätt's einer... An, ey! Warte, du schließest ne andere Maus an. Moment. Mach deine Drago. Tu deine Drago anschließen. Ich mach's mit der Fireclider. Vielleicht läuft's dann besser. Ja, Fireclider. Hauptsache Zock Commander, ne? Der schwimmt weiter irgendwie, gell? Ja, klar. Mich juckt das nicht. Ich mach mein Ding. So sieht's aus. Oh, und nicht mein Ding. Geh weg, Fireclider da dran. Oh, du... Ah! Mann, du kleiner Bastard. Ich geh jetzt mal aufs Schiff. Das stimmt nicht. Ich bin kein Bastard. I am no Bastard. Ah! Ah, der ist auch schon. Soll ich die... Fireclider angeschlossen? Vielleicht läuft's... Die geht nicht, Mann. So, jetzt. Oh, Mann, ey! What the fuck, Schrotflinten. Tja, da hab ich dich überrascht mit der Schrot. So, die ist geil. Die Maus geht nicht. Die Maus geht nicht. Ei, nee. Warum nicht? Guck, wie er abgeiert. Jetzt trifft er mich sicher noch. Die hat er nicht. Moment. Nicht dürfen. Er hat mich nicht mehr getroffen. Wahrscheinlich... Guck, kommt er von oben oder so. Man weiß es nicht. Ja, da kommt er. Da kommt er. Scheiße. Tja, wie er... Kannst mich nicht treffen. Kollege, ne? Kollege. Ich tu einfach mal da drunter durchschwimmen. So, jetzt hab ich noch die Fireclider angeschlossen. Hoffentlich läuft's besser. In der Aufnahme jetzt einfach mal, oder wie? Ja, hab ich doch gesagt. Lol. Ich trau mich das nie, weil ich immer denke, irgendwas kackt dann ab von meinem Programm oder so. Nee, warum solltest? Bisschen nur die Maus wechseln. Bisschen langsam so. Es ist immer so bei mir, wenn... Früher war das oft so. Ich hab dann... Hab oft aufgenommen und dann... Gab's immer Aufnahme-Fails. Also der hat dann... Fraps hat nie aufgenommen teilweise und so. Und dann hab ich mich immer... Dann hab ich so ein komisches Bauchgefühl gehabt. Und so ein Scheißgefühl, dass ich dann einfach keine Aufnahme hatte. Das hat mich so aufgeregt. Ja, das... Das kannte ich ja auch. Jetzt ist schon wieder so ein Kongo drin. Da wartet er. Guck, wie er geiert hier. Guck! Alter, nee. Nein, du darfst es nicht. Ich darf es nicht, Kollege. What the fuck? Iphone ist wieder hier. Mit der neuen Maus. Also, beziehungsweise mit der alten Maus. Mit der... Mit der Fire Glider. Die geht ab, ey. Allerdings... Ja, 2000... Nee, wie viel hat sie? 2600 oder so. Boah, das ist ja ne Furcht. Also, ich benutze eh meistens so 1000 bis 100 oder so. Mehr braucht man auch nicht. Ja, stimmt. Nur für die Leute, die es extra schnell haben wollen und sensibel. Aber die sind auch... Für richtige Hardcore-Gamer, sag ich mal. Andere brauchen sowas nicht. Und auch die Hardcore-Gamer. Es gibt auch welche, die total mit langsam einer Mausgeschwindigkeit besser sind als mit schneller. Ja, es gibt sogar, äh, ne Maus, die hat 8000 DPI. Alter, auch keine Sau. Ja. Und dann, dann ist es natürlich sehr teuer eben. Eben. Logitech, Logitech hat auch geile. Also... Ja, oder Razer. Razer ist auch, ja. Interess, Alter. Ja, die, glaube ich, hier kenne ich gar nicht. Ich habe einfach so eine gewöhnliche Maus. Was die heißt. Ist das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Lycosa eine Maus ist oder eine Tastatur. Wie? Ich, die heißt, Razer Lycosa oder wie die heißt. Kosa ist, ich habe noch nie eine Kosa Maus gehört und muss, glaube ich, eine Tastatur sein. Nee, ich nicht Kosa, Lycosa heißt sie irgendwie. Lycosa. Glucosa. Schweine. Glucosa. Glucosa. 1,2,3 schicke, 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 schicke. Genau. Ja. Ha. Wow. What the fuck, Alter, du warst am aufstehen und dann ich ballaust so Minionkugeln auf dich zu und nein, geht gar nicht. Dann du. Ich stehe es ganz geschickt auf. Alter, wie viel Leute hier sind. Okay, jetzt ist, alle kicken. Kick it. Auch dich. Und mich. Just beat it. Just beat it. Uh, das linke ich wieder auf die Schnauze. Nein. Der darf mich jetzt nicht killen, der Hurensohn. Alter, so ein Mongo, ey. Ah, du Bauer, Mann. Dein Ach. Ey, kick doch mal die ganzen Mongos, ey, das nervt. Klein Hurenköpfe, ehrlich. Effekt-Line kill ich jetzt noch. Bevor ihr ihn kickt, killt, was weiß ich nicht. So, okay, jetzt könnt ihr ihn kicken. Ja, wenn ihr mich killt hier, dann geht's ja natürlich nicht. So, jetzt. Ja, jetzt nehme ich mir die Coquette. Jetzt mal aus, die sind die Beste von der Darklighter als bei der Draconia. Ja, also Draconia habe ich ja nicht. Aber die Firelighter, also die ist schon sehr geil. Die liegt gut in der Hand, hat, also Mausrad ist gut. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren, sag ich mal. Genau, vor allem, weil sie jetzt nicht billig ist. Kostet gerade mal 20 Euro oder so, ne? Ja. Das ist das Geile. Ich habe mir die geholt und ich finde, die hat auch ein geiles Aussehen. So mit dem Feuer und so, mit den Flammen. Also ich habe die ohne Feuer, weil die hat besseren Grip. Findest du? Ja, ist so. Ich habe einen Kumpel von mir, die mit Feuer und ich habe die ohne. Und die, die schwarze, die hat, die ist nicht so rutschig. Okay, verstehe. Die Draconia ist aber auch rutschig, so wie die normale Fireglider. Ja. Mit Design. Und ja, man sieht halt eben Fingerabdrücke und so. Weil es so ein Ding, so eine spezielle Oberfläche hat. Also oben drauf, bei den Tasten. Ja. Ach, Korsi, lau doch ab. Geh, geh sterben, Alter. Nee. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Ja, auf den Scheiß. Scheiße. Nichts funktioniert heute. Dann lass es. Immer du, du Geier. Wieso bist du überhaupt hier in GTA? Schreck dich auch. N-Sherz. Alle ruhig Schlafenszeit Ab ins Bett Scheiße Ja man ey Das ist das witzige Ich baller auf dich Triff dich nicht mal richtig Und dann Gehle ich dich trotzdem Das ist witzig Und jetzt lass die scheiße Korse Kurz nicht töten Ich liest immer aus hinten weil es vorne total nachhängt Kleiner Geier scheiße Ich hab doch gesagt nicht töten Ich hatte zu wenig Leben Ich hab abgefeuert dann hast du gesagt Feuert nicht auf mich Dann ist es zu spät Jetzt werde ich euch killen mit der Desert Mit dem Desert Die Egel Die Egel Die Egel What the fuck Hä wo bist denn du Du hast dich in die Luft gejagt Okay Ich hab's zu spät gemerkt iPhone Wo ist er Korsi Ja Wo ist iPhone Weiß ich nicht Das ist aber auf jeden Fall im Spiel drin Die Zuhörer Ah ok Ja sowieso nur ein paar Sekunden hier noch Witzig Dann passt's So und der Fällt auf die Schnauze Was ist denn das für ein Lappen Lol ich geb dem einen Headshot Der geht nicht sterben Und dann Dreht er sich um Und killt mich War das ein Bulle oder was Ja das war ein Bulle Aber in einem anderen Anzug Als eigentlich normal In GTA 4 Ah ja shit happens Alter könnt ihr nicht zuhören Ich hab doch gesagt Bauer Sag ich da nur Bauer sag ich da jetzt nur Ich kann mich mal aufregen Alter Ne Spaß Macht ja Fun hier Mit euch Ja man Aber der Korsi Ist halt schon der Pro Muss man sagen Nein man Bis zum nächsten Mal Haut rein Leute Ciao Haut rein